Von Anfang an hatte ich den großen Wunsch, heute hier ein Tor zu schießen. Am Schluss ist dieser Wunsch auch in Erfüllung gegangen. Ich kann sagen, ich bin sehr glücklich, dass es mir gelungen ist. Die viermonatige Verletzungspause war für mich nicht leicht, aber ich habe hart an mir gearbeitet. Heute durfte ich zum ersten Mal spielen und dafür bin ich dankbar. Ich werde weiterarbeiten und alles geben. Der Trainer wird entscheiden und ich werde vorbereitet sein. Ich hoffe auf noch weitere Einsatzzeiten und möchte zeigen, dass ich Tore schießen und rapid helfen kann.